Kinder, warum seid ihr denn so traurig? Weil wir nicht mehr in unserem Bauwagen spielen können. Hm, was ist denn passiert? Da hatten die Mäuschen Löcher an den Boden reingemacht. Und der Schreiner hat hingeguckt und ist mit seinem Fuß durchgekracht. Krach, krach. Und jetzt will ich krach. Aber die Sonne muss man noch da drauf malen. Eine Sonne muss man da drauf malen? Warum muss man denn die Sonne da drauf malen? Weil wir sind das Kinderhaus Sonnenschein. Aha, ihr seid das Kinderhaus Sonnenschein. Aber wenn wir da jetzt eine Sonne drauf malen, dann ist der Bauwagen immer noch kaputt. Was könnten wir denn machen, damit er wieder ganz ist? Ein neuer Boot, der alte Boden raus, ein neuer rein, vielleicht noch ein neues Fenster, vielleicht noch eine neue Tür. Hm, und vielleicht neue Möbel? Und wenn der Schreiner fertig ist? Dann kommt der Maler und streicht es wieder an, aber dann sind ja die Sonnenblumen weg. Aber die malen wir dann ja wieder drauf. Drauf. Aber die Sonnenblumen malen wir ja wieder drauf. Und die Sonne, gell? Ja. Und wollt ihr das alleine reparieren? Nein, das schaffen wir ja gar nicht alleine. Den Boden können wir nicht. Das schaffen nur viele. Denn viele schaffen mehr. Ja. Ja.